Heute spielen wir die coolsten Minecraft-Modi auf der ganzen Welt. Wir müssen probieren, Hunger Games zu überleben in Minecraft. Dort werden wir Kisten sammeln und gegeneinander kämpfen. Und noch viele, viele andere Dinge werden wir heute tun. Schaut bis zum Ende und los geht's. Oh, Kaspar, bist du bereit für Hunger Games? Oh, ich bin bereit. Okay, wir spielen jetzt gegen ganz, ganz... Es wird richtig heftig jetzt. Okay. Los! Sammeln ein, alles ein. Oh nein, Gott, Alter, die sind richtig schnell. Ich hab ja gar nichts. Ich hab gar nichts. Ich hab ganz guten Staff, ich hab ganz guten Staff. Wo bist du? Ich hab nachts für dich. Ich hab nachts für dich. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Ich hab gar nichts bekommen. Ich hab gar nichts bekommen, Alter. Ich muss jetzt kurz weglaufen. Ich muss kurz weglaufen jetzt hier. Alter, der hat hier irgendwas... Alle Kisten waren leer. Die haben einfach aufgesaugt oder so. Du musst looten, du musst looten. Komm mit, komm mit. Ja, die sind halt mega schnell am looten. Ich hab auch eine komplette Kiste gelootet. Du läufst doch an, vorbei an den Kisten. Ja, hier sind die Riesenkisten, die sind die Riesenkisten. Okay. So. Zack. Ich hab den Kipp für dich. Ich hab Eisenschwert. Komm her, komm her jetzt hier. Bleib mal stehen. Ich hab hier ne Dings. Ach so ein Eisenschwert schon? So, warte, hier nimm ein Ding ins. Brauchst du ne Hose? Hier, Eisen... Hier liegt ne Hose, hier liegt ne Hose. Hier ist Essen. Ja, Hose, Hose. Okay, okay, okay. Okay, und den Rest kann ich wegwerfen jetzt hier. Fünf Anges Schaden, fünf Anges Schaden. Nehmen wir das hier, okay, so. Zack, ich bin ready, alles klar. Weiter geht's hier. Wir haben noch, äh, müssen mehr looten. Müssen mehr looten. Äh, wir brauchen Full-Dia-Rüstung oder sowas. Ja, ja. Okay, geht's weiter. Mein Gott, man verliert richtig schnell Essen, Alter. Okay, ist noch ne Kiste. Ja, ja, ja. Sehr gut. Was ist da drin? Apfel, Leder, brauchst du ne Lederbrustpatte? Hier liegt. Ne, ne, war ich nicht. Ist besser, oder? Als Kette? Nein, 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 Kette ist besser. So, Alter, die sind richtig krass. Oh Gott. Gehen echt grad schnell welche drauf, ne? Ja, guck rein da. Es leben noch neun Leute, also alles gut. Ja, wir haben auch immer noch alles. Oh, jetzt TNT. TNT und Kettenbrust, ne? Ja, das TNT zündet sich auch automatisch, ne? Ne, ich glaub, boah, da brauchst du ein Feuer oder so. Ja. Ist da was drin? Alter, das sind sechs oder sieben Kisten. Was? Was ist denn das? Ist das ein Endboss? Oh mein Gott, hier sind auch Kisten. Wow! Ich hab gerade so ne Kugel gekillt. Da kam da einfach ein Dierhelm raus und ein Bogen. Was? Oha. Noll. Warte, kass. Guck mal, hier. Hier sind auch viele Kisten. Hildeporter. Pfeile. Ne Endertkiste. Alter, nimm alles mit. Oha. Nimm alles mit. Sie ist krasses, krasses Stuff. Da push dich was, da push dich was. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab den, ich hab den. Ich hab den. Ja, ich hab ihn. Jawoll, jawoll, sehr wichtig. Oh mein Gott, der hat einen Bogen. Er hat Shrek Activity gehabt. Das heißt, er konnte sehen. Oh, nice, nice. Ja, das heißt, wo die Gegner sind, ne? Ja, wo die Gegner sind. Gut, sehr gut, sehr gut. Okay, der hat auf jeden Fall gerade von mir richtig kassiert. Hier müsste eigentlich noch eine Kiste gewesen sein irgendwo, oder nicht? Hier rechts außen. Oh mein Gott, Spinnweben auch ganz, ganz wichtig. Deine? Ne, ich kann es leider nicht erkennen. Okay, 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 ich komm. Oh Gott, es sind nur noch fünf am Leben. Noch fünf Leute. Wo bist du hin jetzt, Kassel? Wir dürfen uns nicht trennen. Hier, ich bin hinten am Flugzeug jetzt. Hinten beim, äh, weißt du, hinterm Flugzeug noch. Ah, okay, okay, ich seh's. Ich seh's. Alter, du hast ja riesig krasse Kisten dabei gehabt. Seh ich grad. Ja, einige auf jeden Fall. Aber ich hab noch keine krasse Rüstung. Oh mein Gott, du hast einfach eine Kiste übersehen. Okay, hinnere mich mit. Was ist das denn, Activity Tracker? Was bringt der? Ja, nimm ich auch. Dann siehst du, dann hast du so ein Feld, wo die Leute sind. Boah, Deathmatch beginnt in 60 Sekunden. Oh mein Gott. Oha. Ist das auch gegeneinander? Ich glaube. Alter, ich zum Gegner. Hilfe. Kaspar. Ich helf dir. Ich lauf weg, ich lauf weg, ich lauf weg. Ja, lauf weg. Schnell, schnell, schnell. Ah. Hilf mit, hilf mit. Bam, bam, bam. Alter, alter. Aua. Aua, Kaspar. Zurück, zurück, zurück. Ich mach, mach. Lauf, lauf. Ich lauf schon. Lauf. Oh, ich lauf, ich lauf. Ich bin wonet. Hey, der schießt mit Bogen. Und ich hab auch Bogen geschossen. Okay, ich hab keine Pfeile mehr. Oh, ich hab noch. Ich kann die Pfeile geben, komm her, komm her. Ich geb dir Pfeile, ich geb dir Pfeile. Komm her. Gib die Pfeile, gib die Pfeile. Hier, zack, liegt, liegt, liegt. Er kommt, er kommt. Okay, okay. Er kommt, er kriegt TNT rein. Alter. Oh mein Gott, alter war das knapp. Gar nicht. Oh mein Gott. Okay, wir gehen zuerst auf den. Mein Leben ist doch gar nicht voll. Meinst du auch nicht? Kann mein Leben ist doch voll gehen, erst mal? Ey, Mann, mein Leben ist gar nicht voll, Mann. Ich krieg schon Hits. Ich krieg Hits. Oh. Ich bin im Wasser. Du lässt nicht ins Wasser springen. Okay, okay. Gut zu lassen. No way, wenn man dann drauf geht. Ey. Oh mein Gott, komm, du kannst das. Du kannst das. Komm schon. Oh mein Gott. Schade, viel hat der noch. Der Typ war voll gut, alter. Der hat auch alle nötigen Sachen und so gehabt. Ja, ich wollte gerade sagen, er hat den auch Dia-equippt. Oh Mann. Aber guck mal, ich hätte wenigstens einen Kill. Und der Typ hatte acht Kills. Ey, was? Das ist in der Schiene, alter. Krass. Ist so. Wow, Kaspar. Na, wo bist du jetzt hier gerade, Kollege? Ja, Sky Wars Kids, sag ich nur. Ja. Und jetzt können wir, ich sag dir, das wird jetzt richtig krass, weil jetzt spielen wir zum ersten Mal gegeneinander. Und oh, ich hab direkt was krasses hier. Wieso? Ich hab direkt was krasses. So. Okay, hier mitnehmen wir. Oh. Ich bin mal gespannt, wo du bist und ob du lange überlebst. Ja, also ich sag dir, du wirst auf jeden Fall nicht lange überleben. Ey, was? Was, bist du so unkorrekt? Natürlich nicht lange überleben. Ja, wirst du nicht. Ich bin der lange Überleber. Na klar. Davon träumst du nachts. Und warte mal, hier war glaube ich auch noch irgendwo. Ah ja, hier war auch noch das Diamant-Ding. Bist du das da drüben schon? Nee, White Walker hat der, okay. Wo bist du? Nee, oh mein Gott, da ist schon voll der volle Äquipte neben mir. Oh, nee, ey. Oh, oh. Oh, mein Stein verlässt mich. Wo bist du? Oh Gott, okay, das war gerade sehr, sehr riskant. Ich muss jetzt schon mal den ersten holen. Ich muss jetzt schon mal den ersten holen. Ich bin jetzt hier gerade. Oh Gott. So, ich brauche ein bisschen mehr Leben jetzt hier. Zack, Redstone. Oh mein Gott. Hier. Guck mal, wie ist noch ein bisschen was Gutes hier? Okay, Pfeile. So, ich brauche mich hier auf jeden Fall schon mal rüber. Den schnapp ich mir. Den ich greife nicht an, oh der Saskia. Und bam, bam. Boom. Direkt geholt, Digger. Jawohl, hier. Auch nochmal verzaubert jetzt. So, komm schon ein bisschen. Ey, der hatte noch voll die Kisten hier. Ey, ich kriege ja gerade echt sehr, sehr gute Sachen, muss ich sagen. Ja, kriegst du nice Sachen oder was? Warte mal, bist du nur da drüben? Nee, das bist du nicht. Oh mein Gott. Das ist ein anderer jetzt hier. So, kommt her, Kollegen. Traut euch doch gegen mich. Hey, wo bist du das? Was? Oh mein Gott, auf einmal werde ich hier angegriffen, Alter. Wieso? Ich muss weglaufen vor dem, der jagt mich. Ah, der jagt mich. Ja. Bist du in der Mitte? Wir treffen uns in der Mitte, los. Der ist hinter mir. Der hält mich richtig gut, der hält mich richtig gut. Ich gehe in die Mitte, ich gehe in die Mitte, ich gehe in die Mitte. Komm, schnell, bitte. Wo bist du denn? In der Mitte. Und der ist hinter mir, der Mann. Komm, 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 komm. Bam, bam. Komm, hol. Den haben wir, den haben wir. Komm, den runter. Bam, bam. Den nehmen wir komplett hops. Alter, hol mich runter. Nein. Kaspar. Nein. Du haust ihn nicht runter. Alter, ich bin fast tot. Der hat nicht mehr viel, der hat nicht mehr viel. Ich bin fast tot. Der ist fast down. Er ist weggelaufen, er ist weggelaufen. Alles gut. Ich bin fast tot, Alter. Da kommt was anderes. Jetzt bist du. Okay, alles gut. Oh mein Gott. Ich bin fast geholt. Er kommt wieder, er kommt wieder. Ich glaub's nicht, Bro. Nein. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Ich hab vier Herzen. Er haut mich. Er haut mich. Nein. Hilfe. Du musst dich heilen, schnell. Dann musst du gegen ihn fighten. Ja, ich heele ja langsam, leider. Mach doch was. Ich hab ein Herz. Pass mal auf. Ich bin runtergesprungen. Ich bin runtergesprungen. Oh mein Gott, ich hab ein Goldapfel. Ja, hau ihn rein, hau ihn rein. Habe ich, habe ich, habe ich. Ich bin schnell. Ich kann abhauen. Ja, mach, mach, mach. Wieso ist der so gut? Wir müssen mehr Team. Wir müssen mehr Team. Er hat da keine Chance. Ey, Mann. Hat er dich geholt? Ey, ich hab, nee. Ey, toll. Wie unnötig. Jetzt geh ich drauf. Wieso das denn? Bro, ich hab meine Enderperle geworfen. Und das Ding ist, ja, ich bin draufgegangen. Und ich hab meine Enderperle geworfen. Ich hol ihn, nicht richtig. Und ich bin vorher draufgegangen. Ey, er gibt mir die Kombo, er gibt mir die Kombo des Lebens. Er hackt, er hackt, er hackt, er hackt. Ich bin auch drauf. Ey, er hackt. Der hat gehackt, den Geist. Sag's dir. Bro, ich hab meine Enderperle geworfen und ich bin draufgegangen. Also leeren Warp gemacht. Und dann bin ich zu ihm teleportiert. Und dann hatte ich ja nur ein Leben oder so, weil ich ja Enderperle geworfen habe. Ach so. Ach, Mann. Richtig lost, Alter. Ja, Mann, ey. Mann, ey. Drei, zwei, ein. Kaspar, wo warst du? Oh, mein Gott. Hier drüben. Oh, ho, ho, ho. Oh, mein Gott, das wird das krasseste Battle der Welt. Absolut, Alter, absolut. Oh, alles mit mir. Ich kann dich noch gar nicht hauen. Ich kann dich auch noch nicht hauen. Mit mir was geht. Schnell, schnell, schnell. Wett mir was gehen. Oh, Rapp. Oh, weg, 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 weg. Lass mich in Ruhe. Ey, ich hab echt krass Eitems bekommen, ne? Ich auch, ich auch, ich hab krass Eitems, Alter. Und das wird das krasseste Battle. Du kannst noch mehr, wir können noch mehr Kisten looten, die hier rumstehen überall, ne? Ich weiß, ich weiß, es sind überall Kisten. Und dann machen wir auf jeden Fall ein Battle. Und wir haben nur noch zwei Sekunden Zeit. Und dann, oh, wird es anscheinend losgehebattelt hier. Oh, mein Gott, Alter, du hast keine Chance, Bro. Wir sind auf so ein Piratenschiff, sehe ich gerade, ne? Bro, du hast keine Chance, du kannst aber anders einpacken, Alter. Gibt es ja auch nochmal Kisten? Wo sind die denn jetzt? Hast du ein Schwert? Äh. Nein, hab ich nicht bekommen, Digga. Wieso, was hast du bekommen? Du hast keine Chance gegen mich, Bro. Okay, oh Gott, hast du PvP aktiviert, oder was, jetzt? Nein, nein, die Kisten wurden nachgefüllt. Oha. Das ist aber cool. Ah, ja, hier ist auch ein Schwert, sehr gut. Ah, okay, was hast du hier? Oh, mein Gott. Hey, du hast gar keine Chance, sag ich dir jetzt schon. Digga, du kannst mal dick einpacken, Alter. Ich finde aber gar keine Kisten, Alter. Findest du Kisten? Können wir schon gegeneinander battlen, oder geht das noch nicht? Ich glaube, wir können direkt schon gegeneinander battlen. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Oh, mein Gott. Okay. Ich habe schon gar keinen Platz mehr im Inventar. Hau ab! Sag mal, du machst ja die mittleren Kisten jetzt alle auf. Ja, natürlich. Normal mache ich die auf. Ich bin hier in Ruhe. Ich muss meine Banane essen. Nein, Banane war schlecht. Ich sehe nichts. Irgendwo hier war noch eine Kiste. So. Was hast du? Was hast du bekommen? Nichts, nichts. Ey, die Kiste wurde schon wieder... Das glaube ich jetzt nicht, ja? Ey, ich sehe nichts. Was? Wie du siehst, ich... Ich kann nichts sehen. Ich bin die ganze Zeit blind gerade, weil die Banane anscheinend vergammelt war oder so. Mann, was ist denn da los? Sag mal. Alter, du bist voll dir. Oh, mein Gott, Digga. Ja, bin ich. Okay, warte. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, okay, okay. Ich werde dich so hopsen, Alter. Ich muss erst mal die ganzen Dinger abchecken hier. Wow! Hör auf dazu lupen, Alter. Sonst gibt es ein Problem. Sonst gibt es ein Problem. Lass mich in Ruhe. Du kriegst Ärger, Bro. Du kriegst Ärger. Lass mich in Ruhe, Alter. Ich will jetzt auch ein bisschen muten. Du kriegst Ärger. Ich sag dir das noch einmal. So. Hör auf zu lupen, Alter. Jetzt wird der Spannende. Gar kein Problem. Wir sind alles entspannt. Alles cool. Alles entspannt. Bei der Nementar ist voll. Ja, ach. Könnte nicht sein. Du bist so schlecht. Mann, jetzt lass mich. Du bist so schlecht, Digga. Ich habe auch nichts zum Essen, Alter. Ich habe auch nichts zum Essen. Du kriegst gleich hops. Digga, was ist los mit dir? Lass mich doch. Ich bin fast tot. Lass mich doch erst mal. Das ist keine Chance. Wir haben noch 100 Sekunden Zeit. Ja, okay. Ist ja gut. Du lässt mich hier die Kisten looten, Kollege. Hallo. Kisten looten lassen. So, battle oder was? Ja, wir können gerne battle machen. Jetzt würde ich dich da nicht sehen, Digga. Jetzt würde ich dich da nicht sehen. Trau dich. Yo, Alter. Hau mal ab damit, Digga. Hau mal ab. Hau mal ab damit, habe ich gesagt. Du zündest dich ja doch selber. Wie viel hast du davon? Wie viel hast du? Tja, Kollege, ne? Wie viel hast du davon? Jetzt langs doch nicht mehr so schön. Was ist? Komm her. Ja. Nix da. Oh, Angriff. Auf die Barrikaden. Wie viel Tiet-Dinger hast du davon denn? Attacke. Attacke. Wow. Alter. Oh mein Gott. Ja, die Kombo. Ich gehst dir in die Ehre. Die Kombo. Was hattest du für ein Schwert? Ein normales Eisenschwert. Du hast nur unverzaubert. Wieso? Aber du hast irgendeinen krassen Dings gemacht. Au. Hey, hier wird nicht getrunken. Jetzt lass mich doch. Hier wird nicht getrunken. Lass mich doch. Steh. Hä? Was ist das? Deathmatch. Oh mein Gott. Jetzt geht das los. Aller, viel schnell jetzt. Oh mein Gott. Okay, okay. Nicht. Okay. Ich würde, wenn ich du wäre, würde ich jetzt ganz schnell zurückziehen. Okay. Wieso? Was ist? Was hast du da? Was machst du da? Ja. So, ich kriege mal rein. All. Digga, was ist denn das gewesen? Was war das? Ja. Wieso bin ich vergiftet? Ja. Was hast du für einen krassen? Du hast einen Toten, oder? Hast du einen Toten? Du hast nicht. Ich habe noch zwei. Ja. Ah. 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 Was? Was hast du da? Das zackt sich ein Goldapfel rein. Wie so ein, wie ein Digger. Weiß ich auch nicht. Aua. Ah. Ja, du Lusche. Alter. Abbremden. Abbremden. Nein. Komm her. Nein. Ja. Tote Nummer 1 ist weg. Nächstes. Nein. Nein. Die war drauf jetzt. Lass mich. Oh, das ist mir auch geheilt. Bumm. 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 Lass mich bitte. Schnell geblieben, Alter. Komm her. Komm her. Okay, danke für die Stärke. Das war, das war eine Heilung. Ja, oder die Heilung. Danke dafür. Lass mich. Okay, du willst also strecken. Digga, dass du mir wirklich immer so ein Vergiftungszwein reindrücken musst, Alter. Ist ja richtig nervig, Alter. Ist ja richtig nervig. Ich habe ja noch Regeneration. Ich bin gespannt. Hä? Hä? Keiner hat gewonnen, unentschieden. Ey, okay. Ey, Bro, aber ich habe eigentlich gewonnen, Digga. Weißt du selber, oder was? Hast du nicht gewonnen. Ich habe dir mit dem Totem, ich habe dir die Ehre genommen eben, Alter. Ich zeige dir jetzt, wie man jetzt gewinnt. Ohne Spaß. Also, das ist ja wirklich peinlich. Ich bin ja nicht einmal gestorben. Ich hatte ein Totem. Du hattest ein Totem, Digga. Das ist wie einmal sterben. Was hast du denn für Items überhaupt gehabt? Okay, fünf. Digga, normales Eisenschwert. Wieso? Nee, du warst voll stark, Alter. Du hast voll viel Schaden gemacht. Wahrscheinlich, wenn du Full-Deal hattest, oder so. Kann sein. Oh. Wir wollen schon ein bisschen Glück haben jetzt vielleicht. So. Weg jetzt! Haar ab! Von meinen Kiss! Weg von meinen! Digga, was machst du? So, fünf, vier, drei, zwei, eins. So, jetzt geht's los! Ich sage dir, du wirst jetzt so fertig gemacht. Anlauf! Du wirst jetzt so fertig gemacht. So, guck mal hier. Du wirst keine Chance, Digga. So, hier, alles klar. Ey, du hast keine Chance. Seid jetzt schon, wie es ist. Sag mal, was soll denn das? Was ist los? Was soll das? Mein Gott, was ist das denn, Alter? Auge? Digga, hol dir mal nicht alles raus. Du hast zehnmal mehr Sachen als ich. Du hast Pech gehabt, Alter. Du musst halt ein bisschen schneller sein. Digga, mal weg mit dir, Alter. Komm mal auf. Ist halt nicht mein Problem, dass du so eine langsame Tröte bist. Ich habe echt gute Sachen jetzt schon bekommen, würde ich sagen. Ja, bei mir. Oh, was ist das? Oh, okay. Du musst nur ein bisschen Glück haben jetzt hier, dass ich vielleicht ein paar gute Kisten... Oh, ein... Fünf Totems! Ja! Was? Was? Wie soll man so viele Totems bekommen, direkt? Bist du, Alter? Was soll das denn? Du hast hier aber gar keine Chance. Das war ein Scherz. Ja, das war ein Scherz. Du glaubst auch alles, Digga. Das war ein Schlacht. Ich dachte schon, Alter. Ey, ich habe mein Inventar schon voll, ne? Der Inventar ist jetzt schon voll. Was läuft auf jeden Fall bei dir? Wir sollen durchlaufen, ja? Ich bin auch am Durchlaufen jetzt gerade. Oh, hier. Oh, hier. Oh, alles mitnehmen, ne? Alles hier entspannt mitnehmen. So. Ja, ganz wichtig. Ganz easy peasy. Ich habe so viel Müll hier drin noch, ne? Okay, hast du deine Kisten denn schon bekommen, oder was? Äh, ich habe auf jeden Fall meinen ganzen... Ja, das meiste, was ich brauche, habe ich eigentlich. So, hier ist auch noch ein bisschen was. Bist du Full-Deer? Jetzt sag mal ehrlich. Äh, ich bin Full-Deer, ja? Bist du Full-Deer? Ja, okay. Ja, ich bin auch Full-Deer. Oh! Oh, ja! Was hast du bekommen? Gar nichts, gar nichts. Was ganz schlecht ist. Ich bin Night Vision. Ein Herr damit hier, mit allen Sachen. Ich fühle mich wie ein Zauberer. Bist du wie ein Zauberer? Warum denn wie ein Zauberer? Ja, weil ich so viele Items habe. Ich habe auch so viele Items. Du musst eigentlich mal... Ja, sehr gut. Was hast du da schon wieder bekommen? Sehr gut. Ein paar coole Sachen habe ich halt bekommen. Geschwindigkeitstrank? Ja! Digga, das ist... Ja, komm her, Alter. Trau dich doch, he? Trau dich doch. Ja, verschwend doch. Lass mich! Lass mich jetzt. Alles gut. Alles gut. Hallo? Digga, wenn du Oge machst... Lass mich jetzt. Alter! Deine blöden TNT-Bälle. Ja, die gibt es dann auch auf die Augen direkt. Ich sage es dann. Oh, Alter. Hier oben ist noch eine gute Kiste, hoffentlich. Oh, ja. Alter. Ich weiß gar nicht mehr, was ich davon jetzt weglegen soll. Weiß man auch nicht. Digga, es ist viel zu viele Quippen. Ich habe viel zu viele Quippen hier. Ich glaube, dass ich noch gar nicht voll Diabin. Mir fehlt noch eine Diabrustplatte. Ähm, okay, den brauche ich nicht. Oh Gott. Ich habe... Okay, jetzt muss ich... Jetzt habe ich hier kein... Oh, sag ich nicht, jetzt will ich kein Kaninchen-Ding mehr, ne? Das kann nicht sein. Jetzt weiter weggehen jetzt. Kannst du mich... Digga, du schießt auch nur mit deinen vergifteten Gammelfeilen, Alter. Ich glaube, ich habe nur vergiftete. Oh Gott. Hä? Oh Gott, oh Gott. Es geht los, Digga. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ja, es ist auch dunkel gerade. Es geht los. Okay, okay, okay. Ey, oh Gott. Ähm... Wo bist du? Ich bin hier. Komm her! Alter, du Hase, du! Komm her! Komm du doch! Komm her! Komm du doch! Au! Der hat gesessen. Oh Gott. Ja, der hat auch gesessen. Du kannst mich nicht vergiften. Ich vergifte dich. Ich vergifte dich auch. Alter, vergisst du mich ganz schön doll. Hau! Hä? Hau! Steh geblieben, du Bengel! Was? Steh geblieben! Lass mich! Steh geblieben! Lass mich! Das bringt dir das nichts. Das bringt dir nichts. Ja! Nein! Ja! Alter, es hat so gesessen jetzt gerade, ne? So, erzähl mal ein bisschen auffüllen hier, ne? Weg hier, Alter. Kurz mal wieder auffüllen, das Inventar. So, zack, zack, zack. So, ich mache jetzt kurz ein paar Dinger jetzt hier, ne? Alles entspannt. Lässt du mal bitte die Sachen in Ruhe. So, was haben wir hier noch? Was machst du mal eins? So. Alter! BAM! Rein da! Wow! Alter, was macht das so viel Schaden, Dinger? Wie viel hast du davon? Nein! Wie viel hast du davon, Alter? BAM! Ohohohoho! Du denkst auch noch... Alter! Du hast mir nicht weggeflogen! Komm her! Komm du noch! Zack, 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 zack! Du hast keine Chance gegen mich! Zack, 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 zack! Wo gehst du? Nein! Das kann nicht sein, jetzt! Dein Totem ist weg! Ja! Warum killst du mich dann direkt? Ich hatte doch noch voll viele Toten! Selbstschuld gewonnen! Was soll denn das? Wie schnell wäre ich denn tot gewesen? Dinger, dann muss man besser... Wie viel Leben hattest du noch? Zwei Herzen. Ah, unglaublich! Ich hatte aber noch zwei Toten. Wie viele Toten hattest du? Ja, vier oder so. Was? Alter! Ich hatte sechs Toten. Dinger, du hast halt nicht auf deine Äpfel geguckt und so, ne? Du musst halt auch ein bisschen... Ja, natürlich habe ich das! Ich habe doch mal ein Ei gegessen! Ja, als wir hinter dieser Lücke da waren, wo du den Schrank nicht getroffen hast, ne? Ich wäre tot gewesen. Da hatte ich anderthalb Herzen oder sowas, als ich weggelaufen bin. Das war's für mich für heute gewesen, meine Freunde. Wenn ihr davon mehr seid, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Checkt euch auf jeden Fall das Video aus, dann habt ihr gerne draufklicken. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao! Ciao, ciao!